Sandra, öffne mal bitte diese Flasche. Wunderbar. Eva, du schaust dir die Flasche gut an, vor allem auch den Boden. Fest, solide, auf allen Seiten. Okay, du hast den Deckel auch soweit überprüft, damit ist auch alles in Ordnung. Okay, der Deckel kommt wieder auf die Flasche drauf. Und jetzt bitte nicht blinzeln, es geht blitzschnell bei drei. Eins, zwei, drei. Aus der Flasche raus. Und jetzt bitte nicht blitzschnell bei der Flasche raus. Und jetzt bitte nicht blitzschnell bei der Flasche raus.